Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorie-Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der neue Theorie-Vorschlag ist von Goku-Fan, was wäre, wenn Son Goku ein Halb-Saya-Gin wäre? Wozu ein Halb-Saya-Gin in der Lage ist, sieht man ja ganz besonders bei Son Gohan immer wieder. Ein Halb-Saya-Gin ist einem vollwertigen Saiyajin klar überlegen. Er wird schneller stärker und wenn er sich von schweren Verletzungen erholt, wird er auch um einiges mehr stärker als ein normaler Saiyajin. Zudem wird er mit wenig Training sehr schnell stark. Damit meine ich aber nicht Dwayne World Super-Song Gohan von dem Turnier der Kraft mit den 40 Stunden. Das ist einfach ein extrem schlechtes Beispiel und komplett unlogisch. Aber das hatte ich ja schon Millionen Mal gesagt und da kennt ihr ja meine Meinung. Ich nehme als Beispiel, wo Son Goku und Son Gohan im Raum von Geist und Zeit trainiert haben. Son Gohan war ganz klar um einiges schwächer als sein Vater, zudem musste er erst noch den Super-Saya-Gin lernen. Und dennoch war er hinterher stärker als sein Vater. Da sieht man einfach, wie überlegen ein Halb-Saya-Gin einen vollen ist, finde ich. Son Goku hätte alle Kämpfe in Dwayne World Classic viel einfacher gewonnen. Sein Sohn Son Gohan wäre zwar nur noch zum Viertel-Saya-Gin, aber trotzdem bestimmt immer noch unglaublich stark. Vielleicht sogar noch stärker, da sein Vater vor seiner Geburt auch viel stärker wäre als in Dwayne World Set. Es könnte sogar sein, dass er vor Freeza schon den Super-Saya-Gin erreicht hätte. Son Gohan hat ihn ja auch sehr früh erlernt. Son Gohan und Twunks kann man da nicht als Beispiel nehmen, weil ihre Eltern vor ihrer Geburt schon den Super-Saya-Gin konnten. Ich denke mal, Raditz, Nappa und auch Vegeta hätten Son Goku keine Probleme bereitet. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da, ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorien-Vorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!